Zehnjähriges Jubiläum, Gemeindehaus. Zehn Jahre im Gemeindehaus gehen wir gerne ein und aus. Hier feiern wir die Gottesdienste, wir feiern Weihnachten und Pfingsten, wir feiern Ostern, Erntedank und Grillfest in dem Hof auf Bank. Hier fand ein mancher Mensch sein Heil und wurde von den Lasten frei. Von Krankheiten wurde geheilt, hier wurde Freude und Leid geteilt. Hier wird gebetet in der Nacht, hier wird gesungen und gelacht. Hier gibt es Frauen, Männer, Stunden, die Jugend haben ihre Runden. In Bibelstunden wird studiert das Wort des Herrn, welches uns führt. Man spricht hier Russisch und auch Spanisch, auf Schwäbisch, so wird einst die Ahnen. Auch portugiesisch und ukrainisch, in Liebe, so dass alles rein ist. Für Zukunft wünschen wir uns Weisheit, die Weisheit, die durch Heilchen Geist wird. Und wachsende Erkenntnis Gottes in dem, was uns der Herr geboten und zunehmen an Zahl und Kraft, an Liebe und an Gottes Macht, an Demut, die von Gott gegeben und herzlich miteinander leben. Ein mancher hat uns auch verlassen und sucht den Platz auf Gottes Gassen. Wir wünschen allen Gottes Frieden und seine Gnade hierhinieden.